Aktive Schallschutzmaßnahmen. Der Flughafenbetreiber Fraport, Airlines, Flugsicherung und Politik arbeiten weiterhin an der Reduzierung der Lärmemission. Lufthansa und Fraport informierten nun über die jeweiligen Beiträge zum aktiven Schallschutz. Hauptaufgabe ist, alle Möglichkeiten zu unterstützen, die dem Lärmschutz dienen. Das heißt, einerseits die Airlines zu unterstützen, hier ein möglichst modernes Gerät an den Platz zu bringen und zum anderen die anderen Player, etwa die Flugsicherung in Forschungs- und Entwicklungsverfahren zu unterstützen. Innerhalb der im vergangenen Jahr gegründeten Allianz für Lärmschutz wurden 19 Maßnahmen des aktiven Schallschutzes beschlossen. Seit Januar dieses Jahres gibt es bereits günstigere Flughafenentgelte für leisere Flugzeuge. Die deutsche Lufthansa wird bis zum Jahr 2025 die Granichflotte mit insgesamt 295 neuen und vor allem leiseren Flugzeugen bestücken. Bereits im kommenden Jahr werden 157 A320 zugunsten einer geringeren Lärmemission umgerüstet. Höchste Kundenzufriedenheit. Der Frankfurter Flughafen ist mit dem Gütesiegel Service Champion in Gold ausgezeichnet worden. Damit ist der Airport Branchensieger und gehört zu den 120 besten heimischen Unternehmen in Sachen Service. Die Fraport AG sieht ihr Programm Great to have you here, das Passagieren das Abfliegen und Umsteigen noch schneller und komfortabler macht, damit bestätigt. Neueste Angebote sind bequeme Ruhezonen sowie Spielflächen und Personal Shopper für chinesische und russische Passagiere. Die Auszeichnung basiert auf über 100 Millionen Kundenbewertungen zu über 1500 Unternehmen. Ausgezeichnete Ideen. Bereits zum zweiten Mal hat die Fraport Ideen von Mitarbeitern prämiert. Viele der Ideen basieren auf technischen Programmen, die Abläufe vereinfachen oder aber die Energieeffizienz erhöhen. Weitere Vorschläge befassen sich mit ökologischen Themen. Auch ein besonderer Rammschutz wurde von Arbeitsdirektor Michael Müller ausgezeichnet. An diesem Rammschutz ist bemerkenswert, dass er auf Dauer verhindert, dass die Anlage beschädigt wird. Wir hatten in der Vergangenheit eben durch Elektrowagen viele Beschädigungen an dieser Anlage. Diese Anlage ist jetzt durch diesen Rammschutz sicher. Es treten keine Beschädigungen mehr auf und das war Grund dafür, diese Idee auch auf diesem Ideentag zu prämieren. Die Ausgezeichneten dürfen sich über einen speziellen Award sowie eine Urkunde freuen.